Der Sprengel an sich ist sicher eine wichtige Institution. Denkt man daran, dass der Sprengel dem Patienten eine Hilfestellung bieten kann, was das Lösen von Alltagsproblemen betrifft, beziehungsweise natürlich auch die Pflegehilfe und die direkt meinen Patienten zu Hause. Das ist sicher eine tolle Sache. Wichtig ist natürlich auch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Sozialsprengel und den Hausärztinnen und den Hausärzten, um einfach die Therapie und die Versorgung des Menschen zu optimieren. Ich glaube, dass es immer wichtiger ist, dass die Leute zu Hause gepflegt werden und nicht nur im Pflegeheim, sondern dass sie möglichst lange zu Hause bleiben können und das finde ich ganz wichtig. Und ich lege auch großen Wert auf die Zusammenarbeit, auf die gute Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel, mit den Mitarbeitern und das funktioniert sehr gut. Das Ziel für die Patienten muss sein, für den Krankenhausbetreiber sie möglichst rasch nach dem Krankenhausaufenthalt wieder in eine gewohnte Umgebung zu bringen. Da ist die Zusammenarbeit zwischen unserem Entlassungsmanagement im Krankenhaus und dem Sozialsprengel des motivierten Mitarbeitern ein ganz enger Synergieeffekt, wo wir die Schnittstelle eng bearbeiten, eng zusammenarbeiten, um den Patienten vom Krankenhaus wieder rasch in seine gewohnte Umgebung zu bringen, wo er von Mitarbeitern des Sozialsprengels betreut wird. Ich bin Sprengel.